Guten Tag aus Australien, ja, Bergfest! Bis jetzt konnten Sie für die Dschungelprüfung abstimmen, beziehungsweise für die Helena-Prüfung. Ab jetzt stimmen Sie für Ihren Dschungelkönig oder Ihre Dschungelkönigin ab. Ja, damit stellt sich auch die Frage, wer wird es denn nicht und ist der Erste, der das Camp verlassen muss. Ich habe mich mit Experten Dr. Bob unterhalten und dessen Tipp ist Natalie. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, könnte gut sein, weil von der hat man hier überhaupt nichts gesehen. Sie hat sich nur die ganze Zeit selber gesehen, Sie wissen schon. Aber ich muss ja was anderes sagen, insofern sage ich Rolf. Und zwar, weil Sie die ganze Woche für den nicht abstimmen konnten, für den Camp Methusalem, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt auch keiner für ihn abstimmt, dass er Dschungelkönig wird. Ja, Gunther Gabriel geht es wieder besser. Er hat es tatsächlich geschafft, die 400 Meter vom Versace Hotel dort unten zum Strand sich zu bewegen und sich hinzulegen. In die Wellen hat er es noch nicht geschafft. Aber wir sind frohen Mutes, dass das die Tage auch noch passieren wird. Es sei denn, jetzt mache ich den ganz alten Gag, die Leute von Greenpeace kommen und ziehen ihn für sich, also für ihn zurück ins Meer. Da muss er sich nicht bewegen. Ja, die Abwahl findet statt. Und wie gesagt, Dschungelkönig, dann können wir jetzt auch mal die ersten Prognosen abgeben. Sie wissen, beim Bild.de-Voting liegt Menderes vorne. Ich persönlich setze hier immer noch auf Brigitte Nielsen. Hey, was geht los da rein? Sie haben gesehen, ich habe es Ihnen vorgestern gesagt. Gestern hat Brigitte Nielsen angefangen und erzählt, wie die erste Nacht mit ihrem Ehemann Mattia Dessi gewesen ist und dass der die ganze Nacht auf ihr rumgeturnt ist. Übrigens, Mattia Dessi tont jetzt ohne Brigitte Nielsen, und zwar im Fitnessstudio von Versace jeden Tag. Der bereitet sich darauf vor, wenn sie wiederkommt. Also, mein Tipp ist immer noch Brigitte Nielsen. Und wissen Sie warum? Es regnet. Und zwar ab morgen bis zum Finale durch. Und was im Fußball-Fritz-Walter-Wetter ist, ist im Jumalcamp-Brigitte-Nielsen-Wetter. Und deshalb setze ich auf Sie. Das Neueste aus Australien dann wie immer hier. Morgen bis dahin. Ta!